Sommerempfang der Freie Wähler Landtagsfraktion im Münchner Löwenbräu Keller. Vergangenen Freitag wurde einmal mehr klar, es braucht die Fraktion als starke Stimme der Vernunft, um aktuelle Herausforderungen zu meistern und um Wohlstand, Eigentum und Freiheit zu schützen. Der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl. Der Bürger entzieht sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen natürlich auch auf sein Eigentum, das er auch für seine Altersvorsorge anschafft und das er auch seinen Kindern und Kindeskindern ja weitergeben möchte. Also von so her sehen wir uns als Gruppierung des Eigentums. Aber jetzt auch wieder an diesem Abend sehen wir natürlich auch mit großer Dankbarkeit zurück auf die letzten fünf Jahre, wo wir in der Regierung waren, wo wir einiges voranbringen konnten. Und so bleibt es mir auch, dass ich mich jetzt auch bedanke bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in diesen fünf Jahren natürlich Phänomenales geleistet haben. Rund 1.000 Gäste aus dem ganzen Freistaat und sogar aus Rheinland-Pfalz folgten der Einladung der Landtagsfraktion nach München. Der Sommerempfang bot zahlreiche Gelegenheiten, um Bilanz zu ziehen. Ja, wir haben jetzt schon viel bewegt die letzten Jahre und ich glaube schon dieses Vier-Augen-Prinzip in der Bayern-Koalition hat dem Land gut getan, dass eben nicht nur einer Ideen hat und Dinge entwickelt, sondern dass noch immer ein kritisches Gegenüber sagt, liebe Leute, das läuft in die falsche Richtung. Wir haben das Thema Wasserstoff gepusht, wir haben das Thema A13 durchgesetzt für die Lehrer, wir haben die 10-H-Regel in der Windkraft geöffnet, all das wäre ohne uns nicht möglich gewesen und vieles mehr. Also wir tun dem Land gut und wollen gerne weiterhin dem Land Gutes tun. Weite Teile der parlamentarischen Arbeit wurden von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg bestimmt. Der Konsens an diesem Abend, jetzt ist eine Politik mit Vernunft und Augenmaß notwendig, die den Bürger mitnimmt. Bei uns ist so ein gutes Stück weit der gesunde Menschenverstand, der Pragmatismus in der Politik zu Hause und das ist das, was unsere Fraktion so ein bisschen zu den Antipolitikern macht. Bei uns da sitzen nicht die großen Parteisoldaten, die aus irgendwelchen Kadern emporgestiegen sind und jetzt am grünen Tisch in der Parteizentrale Politik fürs Land quasi planwirtschaftlich planen oder an demoskopischen Umfragen ausrichten, sondern bei uns sind Menschen von vor Ort. Beispielhaft dafür wurden beim Sommerempfang zwei Kommunalpolitiker mit der Ehrennadel der Fraktion ausgezeichnet. Zum einen der Kulmbacher Landrat Klaus-Peter Söllner, er ist einer der dienstältesten Landräte Bayerns. Landrat Klaus-Peter Söllner ist seit seiner Kindheit dem Landkreis Kulmbach aufs engste verbunden, ist dort gesellschaftlich familiär und natürlich insbesondere politisch verankert und verwurzelt. Er schreibt seit 40 Jahre kommunalpolitische Geschichte, er ist in seiner fünften Amtsperiode, ich glaube das gibt es nicht oft, am Ende schreibt er 30 Jahre Landratsgeschichte und er hat viel bewegt in dieser Zeit für die oberfränkische Region, für den Landkreis. Auch der ehemalige Landrat des Landkreises Dillingen, Leo Schrell, wurde für seine Leistungen um die kommunale Selbstverwaltung in Schwaben gewürdigt. Und entscheidend ist für mich gar nicht so sehr, was er da gemacht hat. Ich glaube das steht außer Frage, wenn nicht mal mehr die CSU im Freistaat Bayern überhaupt nur einem Mitbewerber stellt, dass er das, was er gemacht hat, gut gemacht hat. Entscheidend war für mich die Art und Weise und das hat ihn für mich zum persönlichen Vorbild gemacht, wie er das gemacht hat, mit der Art und Weise, wie er immer authentisch, immer bodenständig, immer verlässlich geblieben ist, trotz dieser vielen Funktionen und hohen Ämter und wie er vor allem Menschenfänger ist, wie er die Menschen für Politik herzensgängig begeistern kann, als so ein bisschen der Gentleman in der Kommunalpolitik in Bayern. In so viel Gentleman-Charme fühlte sich Gabi Schmidt, die durch den Abend führte, bestens aufgehoben. Aus Sicht der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden macht die Freie Wählerfraktion vor allem eines aus. Dass wir Herz haben, dass wir so leidenschaftlich sind, dass du nicht deine Parteikarriere ab 14 vorplanen kannst, dass du erstmal daheim was schaffen musst. Und das haben wir alle getan und dass wir ja auch mehr dafür tun müssen, als in einer festen Parteistruktur. Und deshalb trennt sich da sehr früh der Spreu vom Weizen. Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause geht es für die Freie Wählerfraktion in den Endspurt. Doch Müdigkeit kommt weder auf Sommerempfang noch im Maximilianeum auf. Im Gegenteil. Gerade jetzt braucht es eine starke Stimme aus der politischen Mitte. Wir halten Wort. Stimme aus Spanchen zu setzen. Im Jürgen, im Jürgen, in der ersten Zeit war f obtaining mein Regjon